Kinder stehen unter einem sehr großen Leistungsdruck, ob zu Hause, in der Schule, in der Ausbildung, im Sportverein oder im Kindergarten. Durch diese enorme Reizüberflutung ergeben sich oftmals Verhaltensauffälligkeiten, wie zum Beispiel soziale Inkompetenz und Konzentrationsprobleme, Ängste, Wut und Aggression, Schmerzen, Schlafprobleme und Albträume oder Hyperaktivität. Auch Bettnässen, Stottern und Depressionen sind nicht selten. Kinder und Jugendliche sind besonders anfällig für psychische Störungen. Neben Stress und Leistungsdruck können auch Missbrauch, Verlust oder Mobbing psychische Probleme auslösen oder bereits vorhandene Störungen verstärken. Probleme in Lösungen wandeln. Mithilfe der Zauberlichtwiesentherapie können Kinder und Jugendliche jedoch die Ursachen und Auslöser ihrer Probleme finden und aufarbeiten, sanft und sicher. Die Zauberlichtwiesentherapie wurde speziell für Kinder und Jugendliche entwickelt und arbeitet auf der symbolischen, unbewussten Ebene. Dank der guten Vorstellungskraft der jungen Generation werden so mentale Techniken genau passend umgesetzt, um Probleme in Lösungen zu wandeln. Die Fantasie von Kindern und Jugendlichen ist weitaus vielfältig von Erwachsenen. Das kann in der Zauberlichtwiesentherapie genutzt werden, um Probleme symbolhaft zu bewältigen. So können Zwerge, gute Feen, Piraten oder Ritter ebenso zur Lösung beitragen wie Tiere, Fabeln oder Fantasiewesen, egal ob es sich um ein Kind oder einen Jugendlichen handelt. Die Zauberlichtwiesentherapie wird altersgerecht angewandt und individuell angepasst. So können Kinder und Jugendliche ihre Probleme ganz persönlich und spielerisch bewältigen. In der Therapie lernen die Kinder und Jugendlichen zusätzlich wertvolle Möglichkeiten kennen, um auch außerhalb der Behandlung weiterzuarbeiten. So werden neben der Problemlösung ganz automatisch auch Ressourcen und Fähigkeiten ausgebaut und gestärkt, damit die neu gewohrene Lebensqualität auch langfristig aufrechterhalten wird. Als ganzheitliche Therapie wird die Zauberlichtwiesentherapie zusätzlich durch naturheilgründliche oder physiotherapeutische Methoden ergänzt. So werden Körper, Geist und Seele als Ganzes berücksichtigt. Die Zauberlichtwiesentherapie gibt es nur im Transvitalgesundheitszentrum. Nähere Infos finden Sie unter www.kindertherapie-nrw.de oder Sie rufen uns einfach an unter 05 208 3060 345.